Hi, hier ist deine PTI Love Week am 27. März. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Voltaren Schmerzgel Forte. Mehr dazu erfährst du später. Die Dosierung ist bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln Pflicht. Beim E-Rezept ist aber auch der Wert FALSE für die Dosierung zulässig und eine Rezeptänderung nicht nötig. Denn FALSE ersetzt die Angabe von DJ beim Papierrezept, so der DHV. Hexal wurde das Inverkehrbringen von Salbutamol aus den USA gestattet. 580.000 Packungen in englischer Aufmachung können dazu beitragen, den Engpass abzufedern. Dass das Arzneimittel Rabattpartner wird, ist derzeit aber nicht geplant. Retaxationen gehören für viele Apotheken zum Alltag. Müssen PTA für eine durch sie verursachte Retax zahlen? Nur wenn die Schuld eindeutig bewiesen ist, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorlag und nur bis zu einem gewissen Betrag. Ab dem 1. April könnte Cannabis legal sein. Somit muss Cannabis nicht mehr auf einem gelben BTM-Rezept, sondern kann auch als E-Rezept verordnet werden. Welches Retax-Risiko dabei besteht, erfährst du auf pta-in-love.de. Schmerztabletten mit Ibuprofen, Diclofenac und Co. sind Mitte der Wahl im Rahmen der Selbstmedikation bei akuten und wiederkehrenden Schmerzen. Orale NSAR können eine wirksame Hilfe zur Schmerzlinderung bieten. Doch die Einnahme kann häufig zu gastrointestinalen Nebenwirkungen führen. Insbesondere bei längerer Anwendung oder höheren Dosierungen. Außerdem sind immer mögliche Wechselwirkungen zu beachten. Dies ist vor allem bei älteren Menschen relevant, die oft mehrere Medikamente einnehmen. Das Risiko für Wechselwirkungen steigt exponentiell mit der Zahl der Medikamente, die eingenommen werden. Eine wirksame Alternative zu rezeptfreien Schmerztabletten sind topische Zubereitungen wie Voltaren Schmerzgelforte. Der enthaltene Wirkstoff Diclofenac reichert sich im entzündeten Gewebe an und lindert Schmerzen gezielt am Ort des Schmerzes. Dabei wird nur ein minimaler Anteil Wirkstoff systemisch aufgenommen. Eine geringe systemische Aufnahme bedeutet ein geringes Risiko für systemische Nebenwirkungen. Voltaren Schmerzgelforte kann bei anatomisch abgrenzbaren Schmerzen des Bewegungsapparats, wie beispielsweise Schmerzen in den großen und kleinen Gelenken, bei Sportverletzungen wie akuten Zerrungen, Prellungen oder Verstauchungen oder bei akuten Muskelschmerzen, zum Beispiel am Rücken, empfohlen werden. Voltaren Schmerzgelforte wird dort auf die Haut aufgetragen, wo der Schmerz sitzt. Es lindert effektiv für bis zu 12 Stunden und hat im Vergleich zu oralem Diclofenac nur eine systemische Exposition von ca. 6%. Das Schmerzgel wird nur zweimal täglich, morgens und abends, aufgetragen. Dazu kommt eine jeweils Kirsch- bis Walnussgröße Menge zum Einsatz. Kirschgroß für kleine Schmerzbereiche und Walnussgroß für größere Schmerzbereiche wie die Knie. Die Anwendungsdauer beträgt bis zu drei Wochen und die Haltbarkeit nach Anbruch liegt bei drei Jahren. Tschüss!